Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Trouble and Terror, äh ich bin runtergefallen. Trouble and Terror, dann hör auf zu reden, du bist gut. Ja. Herzlich willkommen bei TTT. Moin Leute. Mittagessen. McFly, Darlon, Efi, Nils, Tautor, Fisk, Pixel, Kundran, Botswun, Jugi. Ich hab gehört, Fisk ist heute dabei. Du hast Tautor. Echt? Ist Nils dabei? Oder guckt der wieder vorne? Nils guckt da vorne. Oh, Goro hat mich angerempelt im Treppenhaus. Absichtlich runtergefallen. Ei, warum schießt du? Mein Erzfreitleiter. Wenn ich bin, eskaliere ich sofort. Irgendwer ist noch runtergefallen. Ne, ihr fehlt noch nicht geschossen. Leute, dass es Fisk ist, hab ich erwähnt, ne? Hast du jetzt erwähnt, ja? Okay, es ist Fisk ist Spaß. Unsinnbare Mauer, unsinnbare Mauer. Sieht so ein bisschen aus wie ein Rooftop, also es sind so viele Sachen kopiert von Rooftop und so. Ja, aber ist cool, die Mä. Na, der hat ja geschossen von 2.0. Goro hat geschossen, schießt auf mich. Goro hat eben auch schon mal auf mich geschossen. Matrix, ey, da oben, Matrix. Alter, wer läuft da, hört auf mich die Scheiben kaputt zu machen. Da wurde einer erschossen unten. Fisk ist tot. Oh, Friendship. My Little Pony. Ja, hier ist einer tot. Es ist Fisk. Ne, wir hatten einen Vogel, ey. Oh, hier ist ein Explosive. Ey, Goro! Du wolltest das Explosive fast kaputt machen. Du bist es doch. Warum? Du hast Fisk getötet. Ja, hier, dann mach doch das fast kaputt. Grants, hau ab. Dalu ist es. Ja, und du auch. Die Mod muss kaputt sein, glaube ich. Goro? Scheiße. Goro? Ist tot. Laut Scoreboard. Okay. Hä? Ich hab noch nichts gemacht? Du hast mich da dran einge... Was? Jetzt schon? Was war das eigentlich von dir, Nephi? Was ist das? 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 Du hast doch Fisk geschossen, Nephi. Ja, aber warum haben die andere? Ich hab keinen angeschossen. Ich hab keinen angeschossen. Ja, keine Ahnung. Grants, Fußes Kopf, oder? Was warst du? Schöner Tod. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hast du nicht gesehen, wie ich Fisk erschossen hab, Goro? Ich war immer in der Luft. Ich fall immer erst unter. War auch dein Friendship, ne? Nein. Komm, Fisk. Lift Action. Jawohl. Hier, nehmt das Explosive fast mit. Der ist mega langsam. Was macht? Der ist mega langsam, der Lift. Das wär witziger gewesen. Nein. 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 Der war Traitor. Ich hab Threadits bekommen, er war Traitor. Geil. Ich spawn da direkt vor, weißt du? Boah, dieser Schrei, ey. Nein. Nein. Wo ist die Nephi leiche? Weg. Runtergefallen. Runtergefallen. Hab ich gegessen mit Kannibalen. Nein. Hallo. Ich bin nie wieder Traitor in der Runde. Ich hab grad erst meine Waffe gefunden. Ja, ja. Das ist ja wohl ... Ey, 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 ey. Protz da. Was ist das hier? Ein Zweikopf auf der Brücke, oder was? Ah! Da haben wir Tükschen geküsst. 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 Da ist der zweite Traitor gestorben. Alles klar. Nein, Pixel war nicht Traitor. Nein. Wo ist die Leiche? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Pixel lebt, glaub ich noch. Ich glaub, der hat einen Enterhaken gehabt und hat sich noch hochgezogen. Ich denke, er war nicht Traitor. Er war's nicht, aber er kann's ja sein. Na, Tau, Tau. Er lebt ja noch. Na, Fisk. Tut mir leid, Pixel. Juli, kannst du ihn wiederbeleben? Tato. Ja, wo? Unten auf der Straße. Äh, wenn, dann war das dein Erster. Unten auf der Straße. Alles klar. Ich spring mal. Hey, du sind noch Tükschen. Warum die hier weinen? Oh! Wir werden nicht mit Kisten gespielt. Mit Kisten? Trotz, da hat's versucht. Kisten. Ich sag's euch. Er hat's versucht. Ich schieß ihn an jetzt. Au. Uiliert euch gerne. Dann nehmt ihr uns die Arbeit ab. Uiliert euch. Einer ist Kun dran übrigens. Und der andere ist Dalu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Oh, fly. Aus! Uiliert, off! Aus! Du bist bescheuert. Ey, ich war´ habt ge.. Wenn du mich jetzt umbringst, ey! Ich warn dich! Benz lebt noch. Benz lebt noch. Komm schon. Kahnsin! Muss Fisk sterben! Ich schieß doch nicht mal auf euch! Ich würde ihn treffen, aber ich weiß nicht! Alles klar now, dann treffen ihn! Wirklich? Oh Gott! Ja. Na ja gut, ich bin ja DT scarp, oder? Ja, Fisk liegt da hinten. Ich spring jetzt kurz, wartet. Wer hat die denn gemacht? Juli hat die gemacht. Juli? Ja. Mach dir hier? Ich bin der Übeltäter. Oh, oh. Mein Gott. Ich dachte mir auch gar nicht. Nee, sorry, war gar eine Wiederholung. War gar eine Wiederholung? Nein, ich hab ne Start-Unfall. Rage Switch! Rage Switch! Der guckt auch lieber Formel 1. Boro? Kann ich doch nicht allein lassen? Ich bin runtergefallen, hab einen Flopper getrunken, konnte nicht sterben. Bitte? Was ist ein Pool? Du musst doch nicht einfach killen die Konsole. Das ist schon schwer. Flopper verboten auf der Map. Was? Nächste Runde, kein Flopper auf der Map. Okay, Tautau ist sehr verdächtig da hinten mit Scharfschützengewehr. Nils, gab es schon mal einen Dänen in der Form? Den. Boro, wenn du ein Suzie nicht hattest, dann war das mehr anders. Wir fallen nur Holländer ein. Gibt es nicht diesen... Gibt es nicht diesen... Gibt er dasselbe? Ne, Magnus ist das noch aufliegen, ne? Wie viele Trader haben wir das eigentlich? Der war ein... Ne, war der... Der war ein Däne. Der war ein Däne. Der war ein Däne. Ich hab ein Däne. Nicht schlecht. Hätte ich gar nicht gewusst. Ne, ne, das ist irgendwie auch... Weil immer in der dänischen Zeitung überall steht, deswegen... Fotz, da hast du ne Shotgun? Ja, das Einzige, wo du die berichten könntest. Ja, das ist echt so. Ne, ich hab gebotzt, die ganze Sportabteilung, drei Seiten. Da gibt halt nur einen dänischen Sportler. Da ist alles gefüllt. Gibt nur einen dänischen Sportler überall. Gab sogar, gab sogar vier. WegFlee is it! Oh! Dickig. Oh, sorry. Und noch einer, der mich zu töten wird. Sorry, ich war's. Ich war's. Ich war's. Sag mal, wie viel Traitor haben wir jetzt eigentlich? Noch zwei. Da wird zwei. Noch mal zwei? Jetzt ob. Ne, okay. Alle, die etwas gesagt haben, wissen... Das haben ja zwei Leute gesagt. Also, das kann ja nicht sein. Ach. Ah, Julie, glaube ich. Julie, Leute. Ja, ich bin's. Ach, Julie. Aber Kundran visiert uns auch so an, ne? Wie jeder andere auch. Kundran hab ich am Anfang schon verdächtigt übrigens. Ja, ich will das nur gesagt haben. Und ich hab da auch verdächtigt. Ja, und ich hab'n Traitor getötet. Das kann ja jeder behaupten. Sehr brav. Wo wurde gesnipert? Kundran, du warst das. Oder auf wen hast du geschossen? Auf die Wand. Ah, hier ist ne Leiche. Ja, Kundran ist es. Kundran ist es. Kundran, konfirm. Also doch, Kundran. Das ist ein Zoll. Das ist im Glashaus. Der im Glashaus. Soll dich nicht mit Steinen werfen. Und wirf mit Steinen den Penner. Der dritte Kopfschuss hat dann nochmal was gebracht. Ja, ich hab' keine Ahnung, was das war, ey. Oh. Oh, Mann. Kundran schießt dreimal genau auf den Kopf. Der stirbt nicht, ey. Ja. Es gab sogar vier dänische Formel-1-Fahrer, hab' ich grade gegoogelt. War so ein Familienunternehmen. Vier? Da sind sogar zwei Magnussen dabei. Ja, das könnt ihr dann so sagen. Aber das ist eigentlich so ein typischer norwegischer Name. Sie haben mich gar nicht gewundert. Ich wollte Bots da wiederbeleben nennen. Nee, aber der war tatsächlich der. Ich weiß nicht, wie erfolgreich waren die denn. Aber hast du ja nicht. Das ist ja so. Los, gut Gaming. Das ist doch keine Entschuldigung. Ich fand, wir müssen in der letzten Sekunde entfällst du, wenn wir unsere Rollen kriegen. Also, keinen Flopper kaufen. Okay. Stürzt ab oder gar schürzt. Ja, solltest du halt runterfallen, dann kannst du nix machen. Heute mal keinen Flopper. So. Jetzt bin ich Dede. Slash Kill hilft auch nix. Schlech euch alle. Ja, wenn die Konsole in dem Moment nicht aufgeht, dann bringt's halt nix. Ja, das ist mega nervig. Ich hab Goro geschubst. Ich hab Joghurt geschubst. Ich schubst auch Goro. Ich hab ihn geschubst. Goro, liebst du noch? Lord Joghurt. Oh ja, genau. Alter, hier hat jemand ne Melone an seinem Arbeits-Goro. Ich hab Joghurt am Rucksack und ne Lactose intolerant. Ein Joghurt? Lord Joghurt. Was? Goro ist Lactose intolerant? Ein Grund weiter, dich zu schubsen, ey. Maxi, ich mach dich gleich. Hier, guck mal. Jemand hat diese Melone unter seinem Arbeitsplatz. Das Fenster ist offen. Hey, wo ist die Melone? Ja, die hat der Detective kaputt. Was ist da drüben? Was denn? Hast du das gesehen? Nein. Du meinst, du wolltest grad sagen, Pixel, der einfach in der Ecke stand und sich nicht bewegt hat. Ich glaub, er hat einfach hier ein bisschen... Alter, Dalu wollte für ihn sprengen, ey. Nein. Taurus hat Taurus. Ey, guck mal, er werft's ne Platz. Oh, die kam nicht an. Wo ist Taurus denn tot? Warum? Ja, weil er runtergefallen ist. Wieso ist er tot? Ja, das war jetzt wichtig. Ist er runtergefallen, wurde er gekillt. Pixel-Spaß ist ja wohl so heftig. Ich will die Tür zu machen, wenn Pixel die Taube werft. Pixel ist wirklich ziemlich krass. Aber der wirft gleich die Taube, ne? Pixel. Ja, der wirft gleich die Taube rüber. Ich mach die Tür zu. Ihr könnt alle draußen bleiben. Wer kommt da nicht hingucken jetzt? Doorbuster. Lauf. Doorbuster? Doorbuster. Doorbuster meinst du wohl? Au! Mach dir eigentlich hier. Juli hast, glaub ich, wen erschossen. Kann das sein? Weil da liegt ne Leiche. Nein, da riecht's von dir, Goro. Für die Leiche kann ich nix. Lol, da liegt einer! Ja, und da war Juli grad. Juli! Was? Hä, lol. Große Leiche. Boah, die Leiche. Ey, alter, krass. Alter, krass, ey. Hör mal auf, ey. Juli frei zum Abschluss. Nein. Hallo. Ich bin so inno wie ein grüner Pumuckl. Ich frag mich, was der hier will. By the way, irgendwer hat Pixel erschossen. Ein grüner Pumuckl. Ein grüner Pumuckl wär Traitor. Weil eigentlich sind die nämlich, äh, orangen fahren. Pixel ist ja schon länger zu schubsen immer. Aber wer hat den... Ach, hallo. Da stand kein Name dran. Was treibt ihr? Oh! Da hat er noch nicht angeschossen. Du hast auf mich geschossen verfehlt. Ich hab keinen Schuss gehabt gelöst. Irgendwer hat mir der Sniper geschossen. Oh Gott, Potsda. Nein. Ich hab überhaupt gar keine Sniper gehabt. Der hat mich angeschossen. 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 Nee. Du schwächst gern deine Opfer erst. Endlich hab ich die Leiche gefunden. Nee. Und Nils hat Pixel getötet. Boah! Pixel war aber auch inner. Wer war das? Irgendwas? Was seid ihr? Botsda, 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 Botsda. Sorry, 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 ich bin's nicht. Ähm, 16. 17. Stock oder so. 16. Also 16. Stock, Leute, alle nach unten. 16. 17. Juli? Juli? Maxi? 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 Ich bin's nicht. Wer ist es denn jetzt? Ich bin's nicht. Botsda. Botsda, Mann. Noch wer? Keine Ahnung. Juli hat's ausgeregt. Juli auch. Ich bin es nicht. Der 17. Stock ist zu. Oder kann der Trailer sein? Dann 16. Dann 16. Hattest du den jetzt erwischt oder was? Nein. Da hinten liegt ne Leiche. Oh Gott, der Fuß guckt nur... Juli? Juli ist es auch, oder? Nein! Nein! Doch! Nephi war grad noch am Leben. Nein, Nephi wurde von dem Baby gekillt. Juli ist es nicht. Juli wurde von Baby gekillt. Also... Juli? Schaut doch hier wie ne Queen. Ich rauch hier rum. Verzeih mir. Und die haben mich auch grad schon angeschossen. Nein, hab ich nicht. Wo bist du denn? Wo kam das Baby denn hier? Juli? Ich warte darauf, dass meine Kollegin mir mal hilft. Geht ja nicht, Anna. Sie ist die einzige Frau hier. Kollegin? Kollege, hab ich gesagt. Okay. Goro ist doch Detective. Nein, nein. Ich bin Detective. Ich bleib bei Detective. Goro lüge! Der ist nicht mal Detective! Ich bin immerhin. Auf NLR. Juro frei zum Abschluss fürs Lügen. Also wenn man frei zum Abschluss ist, dann fürs Lügen. Der möchte ich bitte deine Rolle in diesem Spiel. Einen Schuss. Ein Tor. Postelona. Anderen Hochhaus. Vom anderen Hochhaus. Hab ihn? Na gut, ja. War auch. Was ist denn das andere Hochhaus? Juli? Witzig. Ich hab mich getötet. Goro ist es! Ich wusste doch, er hat gelogen. Eindeutig Trader. Wer war denn? Hotstar. Ja. Ja, genau. Ich dachte, McFly hat das Baby geworfen. Nee, nee. Das ist ja knapp. Ich wollte McFly damit treffen, aber irgendwie ist er im letzten Moment nach rechts gegangen. Das war echt so. Nils, warum hast du Pixel erschossen? Ja, keine Ahnung. Er ging ja da die ganze Zeit so rum und dann irgendwann hab ich halt nur einen Schuss kommen sehen. War im Endeffekt ein Shotgun. Oh nein. Dann hab ich dich erlaubt. Dann hab ich reagiert. Wir haben heute noch was zuvor. Und ich war halt schon mit dem Faden kurz auf den Kopf geschenkt. Das ist aber ganz schön leer. Mit ganz vielen Möbeln, ja. Studenten müssen sparen, ja. Ja. Willst du dir ein bisschen Geld dazu verdienen, Juli? Was muss sie machen? Im Bett hast du ja, ne? Ist das ja auch ein Studentenjob? Eigentlich nur eine Matratze. Sie war Junge, brauchte das Geld. Matratze, Sport vor der Wind. Matratze reicht. Juli, da gibt's auch andere Lösungen. Wo bist du hingegangen? Ich bin da raus. Kann ich nicht mit meinem Bösen vereinbaren. Ratiofarm? Da ist Goro. Bezieh dich Junge, das ist mein Apartment gewesen. Jetzt bin ich hier, ich bin so ein Mietnomade. Das ist Nils halt, oder? Nils ist wieder Spannung. Ja, du bist doch der mit dem Puck. Ja, mal gucken. Ich geb mir zwei Minuten. Hey, Captain Hook. Noch sieht man ihn. Ey, wer macht hier Feuer? Wenn man Nils nicht mehr im Himmel sieht. Wer macht hier Feuer? Es gibt wenigstens noch einen Schrei ab. Ich sag Bescheid. Wer macht hier Feuer? Ganz politisch. Schrei noch so random irgendeinen Namen. Kondra! Ja, ich bin hier ... Du kannst hier nicht richtig lang laufen. Die Decke ist zu niedrig. Oh Gott, hier sind überall nur Leiter, wo man runter kann. Ah, Fisk ist es. Ey, Weg! Geh doch die Treppe runter. Ey, wer hat Juli geschützt? Da hast du doch irgendwas gekleidet. Ich bin tot, ich bin tot. Dem Lachen nach ... Hast du gerade eingekauft? Wie bist du hier reingekommen? Kommt man hier auch irgendwo rum? Achso. Das kann doch nicht sein. Nefi, Alter. Ich glaube es ist Fisk. Ich glaube es ist Fisk. Ich glaube es ist Fisk. Wie ist er denn? Sieht denn jemand den Bösewicht? Oh, schießt er auf mich. Den Schuft, den Schuft, den Schuft. Pixel, warum schießt er auf Ohr, weil ... Kondra, wo bist du? Bist du nicht bei ihm mehr gewesen hier? Keiner schießt auf mich. Ich bin oben wieder. Ah, Maxime Hexler. Verfolgt er mich? Der verfolgt mich. Hilfe! Und hier ist Blut. Irgendeiner schießt jetzt auf mich? Wahrscheinlich immer noch Nefi. Da snipert einer. Ja, ja, ja. Da war Nefi in dem langen Tunnel. Er steht halt so auf lange Dinge. Oh Gott! Da ist einer eskaliert. Habt ihr ihn jetzt? Nö. Nach dem Lachen zu, dann hört es sich an, als er schloss wurde. Ja, das Lachen klang so. Boah, du Lacker. Wie ein letzter Todeskreis. McFly hat sich mehr gefeiert, Herr Nefi getötet. Er hat aber vier Leute jetzt schon gekillt, oder? Ja. Ich glaub, er ist tot. Das heißt, so viele Innocents leben nicht mehr. Wer ist denn confirmed innocent für dich? Keiner. Bei mir im Skorboard ist noch keiner confirmed gewesen. Bei mir auch nicht. Aber die Nachricht ist viermal aufgeploppt, von wegen, dass er jemanden kriegt. Komm dran! Du bist immer noch hier in dem Treppenhaus. Du warnst doch nur auf mich. Nein, ich trau mich einfach nicht hier unten wegzugehen, weil ich nur Shotgun hab. Shotgun ist auch gut. Shotgun im Treppenhaus? Oh Gott! Ja, guck! Da ist was! Ne Bombe, oder? Nein! Nur Fässer! Nur Fässer! Nur Fässer! Ja! Und du stehst immer noch hier! Was machst du da eigentlich? Ich such ne Pistole, ne anständige. Du hast ne Diegel gehabt! Ja, und das ist der Revolver gewesen. Ich trau mich nicht dran, du willst mich... Er ballert mich so ab. Ich glaube, da... Mach mit dir! Nein! Wer hat... Hast du ein Novo gemacht? Zu langsam, Nefi! Hat mich jemand getötet, oder bin ich gestolpert? Ich hab dich gebabied. Nefi, war das von dir, der Mikrowelle, der im Stiegen war? Ja, das war meine Mikrowelle. Niemand stolpert hier. Die waren vorbei und die gingen nicht hoch. Hast du Glück gehabt? Es war so aus, als wäre ich gestolpert. Ein anderer hatte nicht so viel Glück, weil... Ich bin gar nicht am Spiderman-Ding gestorben, ich bin auf nem Gebäude gelandet und da runtergefallen. Dann hätt's doch noch was den Spiderman-Hook nehmen können. Vor allem, ich mach die Slow-Mo. Ja, aber ich bin auf so nem Unterdach gefallen. Ja, das Problem war tatsächlich die Slow-Mo und der Zoom ist auch Slow-Mo! Die er die Waffe hochhebt, so ganz lang bis abends vor das Auge. Ich hatte auch jetzt den Slow-Mo. Sind da schon welche in Tarnung? Ah, Tato! Ich setz schon mal Koroboy auf Kill. Komm nicht vorbei. Okay. Wir wollen hier raus, aber hier geht's nicht raus. Einfach deshalb. Ey, was ist denn los mit dir? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ey, Juli, auf wen schießt du? Nein, ich hab ausversehen... Juli, auf wen schießt du? Oh nein! Tau-Tau! Juli schießt auf dich! Nein! Nein! Doch, ich hab das gesehen! Ich hab auch so nen Eimer geschossen! Ey, das würde ich mir nicht bieten lassen, Tau-Tau! Wieso nennt Juli Tau-Tau nen Eimer? Weiß ich auch nicht! Neil scheint selbst zu sein, der hat hier um experimentiert. Also ich hab auf jeden Fall gesehen, wie sie geschossen hat! Ein explosives Fass ist der korrekte Wortlaut. Jetzt ist er sogar ein explosiver Fass! Explosiver Fass? Ich würde sie erschießen, ey! Der explosive Fass, ja, genau! Der Boy hat doch Süd, ey! Siehst du? Goro, sag ich doch! Oh, Kunran, du guckst auch nebenbei, oder? Es ist vorbei, Alter! Oh, Nephi, was mit dir? Kunran ist tot, sonst hätte er was gesagt dazu. Vielleicht ist es auch Goro. Vielleicht ist es auch Botchter. Vielleicht ist es auch John. Botchter? John? John Cena! Heute ist es natürlich Nephi, okay. Schon letzte Woche. Da ist Nils. Juli, du musst aufpassen. Wir warten auf einen Traitor hier. Aufs Fass! Nein, du wolltest Juli-Slam. Neben dir ist übrigens ein explosives Fass, Juli. Geh da mal weg. Nephi, hinter dir! Dallu? Nein, 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 nein! Ich würde ein Gestalpern! Mein Gott! Weil er dich retten wollte! Ohne Scheiß! Doch, ich knall dich ab. Gib es zu! Ich knall dich! Ja, der wollte dich retten! Warum sollte er dich nicht vergiften? Warte mal, wer wurde vergiftet? Da oben einer! Warum soll er dich nicht vergiftet? Dann war es Juli! Juli ist es! Ja, sie ist runtergefallen! Alles klar! Jesus auch, Leute! Das Problem hat sich selbst erledigt! Warum sollte er Nephi nicht vergiften, sondern nur mich? Er hat doch auf dich geschossen! Ja, aber warum nicht auf dich? Du standst daneben! Nils? Hau ab! Er hat auf Nils! Hau ab! Alter, was geht da oben? Was ist da oben los? Dallu, wer lebt da noch? Nefi hat... Oh Gott, auf mich wird... Ja, Noobs! Fist ist es! Well! Kommt ihr drei freiwillig zu mir, oder muss ich euch suchen? Pfff, falls ob! Räche meinen Tod, Maxi, wenn ich gleich sterbe! Mein Ge foot Ja! Ah! Mein Ge foot P petite Gangbang alle mal rein, meh Ja, Echt, wa? Gnäste, bitte! und seid ihr alle so ruhig und der punkte punkte das ist wie ein auto kaufen und direkt in die schrottplätze schicken trainier mal deinen wurfarm das war schon richtig was er gesagt hat aber ich war auch in für mich hat das sinn gemacht ich bin direkt ich hatte keinen radarpunkt für maxi im gebäude ich hab auch gesehen draußen vor allem macht er die tür zu und er merkt es er wundert sich wo der schuss her kam das war geil aber die starke hand von dings hat geregelt und das finale war jetzt der eine nein oh gott ich hab's vermasselt ich bin direkt auf einen runter wer hat auf mich geschossen sag dienliche hinweise bitte an die kripo an die kripo bis die da ist 30 euro finderlohn ich hab nur noch einen 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 passwort torben den hab ich eingelernt passwort ist torben da kommt der doch drauf nefi ist es kennen wir den nicht schon nein er heißt torben g und ich hab nur torben genommen nefi hat auf mich geschossen nefi schießt auf mich ja auf mich ja auch goro hängt ja wo box mich doch detektivbefehl box den botz da maxi regelt nicht guck mal goro will was von dir ich glaub nie das traitor oh nein oh gott ich konnte nicht widerstehen das muss traitor sein er hat das absolut fast geschossen der steht auch auf dem aufzug das wird doch kein innocent machen ich hab's extrem von extrem weit weg gesehen dass da ein explosives Hass hinter dem fenster war und ja ja komm ach man du willst hä wer hat nefi jetzt gemacht da hinten oder was kriegt hier auf diesem lift auf dem lift ja er ist jetzt hier oben das ist nils er hat grad auf nefi er hat grad zwei leute weggessen er hat das aber auf dich er hat das aber auf dich maxi ist es oh gott ich hab's jetzt aber bei den jarmänen ey da bin oh geil oh shit what oh sorry du bist du sorry oder was sorry sorry gibts nicht ach Julie oh immer wieder toll sag mal kurz wir brauchen irgendwas sinnvolles damit töd ich mich hier selber fest auf what the fuck warum stirbst du nicht weil ich so schön bin so toll bin dann werde mir zwei geki du singst extrem schlecht dann hör lieber auf dich versteht man das überhaupt nicht auffällig nein das ist alles nach Plan Hey, der Schatten hat eine Brechstange in der Hand. Oh, da hat sich jemand geheilt. Ach, wo ist die denn? Immer fast. Ach, kommt jetzt. Nimm meine Stärke. Kann ich einer springen einfach? Eine Stunde später. Da war noch ein Schuss drin? What the fuck? Das ist irgendwie Maxi-Snap. Bis zum nächsten Mal, Leute. Not at all. Not at all. Not at all.